Der Arzt kommt. Stefan, der Arzt ist der Arzt. Ach, sehr gut. So, hallo. Das ist ja toll, dass das so schnell geklappt hat. Ich komme mal am besten rum, dann können wir das vorne auf der Couch. Können Sie das mal bemutachten? Ja. Was ist passiert? Was ist passiert? Ja, ich bin losgelaufen, wollte die 1,50 Meter locker nehmen. Und dann hat es plack gemacht. Ich würde Ihnen gerne so ein Tablettchen geben, so zum Entspannen. Die wird vielleicht jetzt in einer Stunde dann wirken. Ja. Wie war denn hier auch für ein Programm? Ja, ich bin aufgestanden, habe gefrühstückt, bin hierher gefahren, dann bin ich über 1,50 Meter gesprungen. Also wehe ich gerne. Das war alles, ja? Ja. Schmerzen. Ja, natürlich habe ich Schmerzen. Ah, da ist es. Ah, 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 ah. Ah.